Musik Meine Familie, ich war 43 Jahre Lehrer hier und ich habe viel mit Menschen hier zu tun gehabt. Das bleibt immer. Die Geschichte der Stadt Pforzheim bedeutet Wandel zu jeder Zeit. Wandel in den 100 Jahren, Wandel in den 50er und in den nächsten 10 Jahren ohnehin. Dazu gehört Mut und Energie für die Stadtbevölkerung. Die eingeheiratete Familie hat mich bewogen, in die Sängergesellschaft zu gehen und dort auch tätig zu sein. Seit 40 Jahren war ich im Vorstand, davon 25 Jahre als Obermeister und wir freuen uns, dass jetzt wieder junge Leute zu uns kommen. Junge Leute, die von auswärts sind, die sich für Pforzheim einsetzen. Musik 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 Musik